Servus Leute, ich bin's wieder Sascha von Araltreff Stuttgart. Vor zwei Wochen habe ich ein Video gepostet und euch gesagt, dass ich weitere Infos rausgeben werde. Heute ist der Tag gekommen, wir sind hier in der geilsten und größten Messehalle Stuttgart. Ihr seht richtig, hier wird das besagte Event stattfinden. Am 18. November ist es soweit. 500 Autos haben hier drinnen Platz. Ihr seid da, um diese 500 Autos hier reinzubringen. Die Szene Stuttgart hat einen Platz gefunden, eine Heimat in dieser Halle auf 25.000 Quadratmeter. Wir haben ein cooles Programm für euch vorbereitet, ein komplettes Rahmenprogramm, was den ganzen Tag über laufen wird, dass es auch nicht langweilig wird. Es wird einige Sachen geben, die euch mega gefallen werden. Und ich werde demnächst, denke ich mal, noch ein Video machen, um euch weiterhin auf dem Laufenden zu halten, was genau alles stattfinden wird, was genau wir noch für euch für Überraschungen haben. Und macht euch bereit, wie schon im letzten Video gesagt, poliert eure Autos. Es wird ein richtig cooles Event. Ich zähle auf euch. Wenn ihr diese Halle vollkriegt mit 500 Autos, findet das Ding statt. Also unterstützt euch selbst, unterstützt mich, unterstützt die Szene und bleibt wie immer. Ihr wart immer treu. Leute seid immer gekommen und macht weiter so. Ich zähle auf euch. Haut rein. Auf euch. 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 Auf euch Outro